Willkommen zu einem neuen Video von mir. Also, bevor das Video anfängt, grüße ich noch schnell. I L Punkt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und noch eine Info. Es wird mein allererstes Video, das, was ich mache. Und es wird mega schwierig sein. Deswegen, wenn es falsch ist, also einfach unten in die Kommentare schreiben. Danke. Und noch etwas. Ich habe eine neue Tribüne. Genau. Ich und mein Papa haben es gebastelt. Da können die Menschen sitzen und da oben können die sozusagen die Kinderfahrzeuge oder sonst noch etwas drauf sein. Also, ich habe es nicht sauber gemacht. Also, nicht wundern. Ja. Und dann sagen wir mal, los geht's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017